Jetzt kommt er weiter. Er war natürlich nicht schlecht. Da steht er wieder auf. Der Panzerkampfwagen 4 war ebenso wie der Panzerkampfwagen 3 ein mittelschwerer deutscher Kampfkanzler des 2. Weltkriegs. Anfangs nur in sehr geringen Stückzahlen hergestellt. Die Panzerkampfwagen 4 war es in der Krone. Jetzt kommt er zur Verfügung. Die Panzerkampfwagen 4 war. Die Panzerkampfwagen 4 war ein bis hin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.